Willst du mal einen Ball? Wie wär's damit? Wenn wir ihn fünf Minuten halten können, behalten wir ihn. Wenn nicht, lasst er euch. Hier oben! Ups. Moritz hat nur eins im Kopf. Fußball. Da kann er noch so weit wegziehen. Hallo, Opa. Was ist denn du wieder? Als echter Fußballer geht er niemals auf. Beim nächsten Mal sind es Bullen-Kugeln, kapiert? Fehlt nur noch das richtige Team. Was war das denn? Hey Jungs, dein neuer Meinti sind scheiße. Jetzt sind sie komplett. Äh, ich bin ausgerutscht. Jo Mann! Also los! Ihr Schuss ist unheilbar. Okay, das Spiel hat das Ballbesitz. Wer den Ball am längsten hält, hat gewonnen. An die Arbeit. Los! Los! Und du? Ich bin der Manager. Jetzt müssen sie beweisen, dass sie es drauf haben. Ja zum Teufel! Ja! Ich glaub, die haben Tor geschossen. Ja und jetzt! Komm, 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 komm! Juhu! Wer die Koine zweiert, grillt sie! Hä? 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 Wer sie sind? Die Teufelskicker. Die Teufel! Untertitelung des ZDF für funk, 2017